Herzlich Willkommen zurück zu Lightyear Frontier. Wir haben kein Leben mehr. 14 Leben kommen sofort. Wir haben kein Holz mehr. Aua. Ja, das Problem ist, du kannst nicht stehen bleiben. Das ist einfach nur blöd gemacht. Nein, da fehlt mir jetzt ein Leben, willst du mich jetzt hier. Tada, ich bin auf dem Weg. Super, geil. Hä, hier ist gar nichts gemacht worden? Doch, eins habe ich hier im Inventar gerade. Ach so, dann mach aber auch nochmal Leben. Was denn jetzt? Die ist kaputt hier. Wer ist kaputt? Die sprüht Funken. Ja, das muss so sein. Die ist so energiegeladen. Zwei Lehm konnte ich machen. Was soll das denn? Also, hier brauchen wir noch Holz. Es ist kein Holz mehr da. Es ist kein Holz mehr da. Lalalalalala. Ich hole Holz heran. Damit er stolz auf mich ist mein Mann. Hallo? Sattelst du das Holz hier mal ein? Hallo? Boah, ich hasse sowas. Also, drei von den Turbomotoren-Maschinen-Schmelzöfen sind fertig. Aber was machen wir damit? Jetzt kann ich den Mesh verlassen, weil der zu blöd ist, das in den Mesh reinzutun. Wo willst du mich fangen? Das Backt? Der nimmt das auch so nicht an, hä? Ey, das ist doch nicht normal. Das ist ein Backt. Ja, aber das ist mir schon öfter passiert. Ach, das war Hartholz. Wir brauchen normales Holz, ne? Mhm. Dein Schatz ist gleich wieder da. Ihr habt auf jeden Fall, glaube ich, genug Holz jetzt, oder? Nein, ich habe genug Holz. Ich bin ja extra wegen dir Holz holen gegangen. Ja, aber wir brauchen Leben. Holz brauchen wir doch gerne. Doch, Holz brauchen wir. Da waren ganz viele, die noch nichts drin hatten. Und ich bin jetzt extra überladen und bin auf dem Weg dahin, damit ich die Sachen fertig machen kann. Sag mal nix. Ich hab nichts gesehen. Aua. Also wir haben Rohlkopföl, haben wir 56. Ja, Rohlkopföl, genau. Rohlkopf. Und wenn du da 50 von brauchst, dann könntest du die jetzt nehmen. Du hast doch irgendwas da machen wollen. Aua. 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 Das ist wegen dem Holz, wo du mich hingeschickt hast und dann ist keins mehr da. Ich kann nicht fliegen, du dumme Sau. Das ist, äh, boah. So. Die Gameplan ist irgendwie gestört. Kannst mich mal. Weil ich das auch alles... Ich hab alle Öle mal querbeet gemacht, damit wir mal immer genug haben. Ach so. Ja, immer wenn ich da an das Ding drangehe, sammle ich wahrscheinlich diese blöde Öle auf. Du solltest was in die Kiste sofort wieder tun, Mann. Ja, ich krieg das ja noch nicht mal mit, wenn ich das mache. Ich wusste ja schon immer, dass du nix mitkommst. Du merkst nix. Ja, ja. Kannst mich mal kreuzweise. Da ist er. Haha. Loser. Ich hab noch einen gebaut. So. Ich hab noch acht Leben. Wieviel brauchen wir noch? Äh... Einen vollen mit zwölf, glaube ich. Und, ähm... Den anderen weiß ich jetzt nicht, wieviel da noch fehlt. Also wir brauchen nur noch 13 Lehm. Einer fehlt in dem einen und zwölf in dem... Wieso? Kommt hier hinten nix. Das Ding ist so da. Ne, ne, ne. Die hab ich eingesammelt. Die waren leer alle. Hab ich eingesammelt. Wie du hast die eingesammelt? Du schickst mich überall hin. Erst soll ich Holz holen, komm zurück und dann ist das Ding voller Holz. Warum hast du hier nicht frei gemacht? Jetzt soll ich hier extra alles für Lehm holen. Ich komm zurück und du hast den ganzen Lehm geklaut. Also die Dinger für ein Lehm. Die Maschinen muss ich auch immer alle selber bedienen. Die hat keine Ahnung davon. Zwei Lehm habe ich noch. Zwei Lehm habe ich noch. Ui. Sollst du hier nicht alles kaputt machen? Guck mal, den kriege ich damit noch gebaut. Nur den nicht. Da brauchen wir noch elf Lehm. Wie viel kannst du noch machen? Ich hab nix mehr an dem Zeug. Ich hab ja acht eben gemacht. Deshalb war der eine ja auch fertig. Ja, ich hab den einen gerade fertig gemacht. Ja, und da fehlt ja nur noch ein einziger. Ich kann im Moment keins machen, weil ich keine... Du hast wieder keinen Staub gemacht. Du bist wieder irgendwie... Du bist wieder nachlässig. Ich hab ja alles voll gemacht. Wenn du die Sachen nicht nimmst, kann ich nichts dafür. So. Warum haben wir die Nacht eigentlich nicht über... Warum schlafen wir nicht mehr eben? Bevor die Sonne aufgeht, dann ist alles fertig auf einmal. Komm mal her. Die Sonne schon da ist. Nein, die ist noch nicht da. Hilfe. Das wollte ich nicht bauen. Du hast mich jetzt hier so abgeschreckt. Komm nicht rein. Hallo. Na, das geht nach sich. Wir werden noch ein Boot in time. Aber wir uns fehlen noch mehr, die wir hier nicht gedingst haben, ne? Wir haben noch zwei... Nein, das wird doch jedes Mal... Ich kapierst du das immer noch nicht? Du musst das jedes Mal wieder neu machen? Oh, guck mal. Halt doch mal die Klappe, wenn ich was erkläre. Oh, guck mal. Das hast du eben schon mal gesagt. Ja. Ja. Langsam dreht er durch. Nein. Ach so, wegen der Ernte meinst du? Oh. Ich soll hier Leben machen und der ist mich hier am belästigen. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Hä? Hä? Kannst du mich verarschen? Ist da die Höhe anders bei dem einen hier? Danke. Aua. Was machst du denn hier? Ich bin ja was am aufbauen, falls er das im Gang sein sollte. Warum haust du hier so auf mich drauf? Hallo. Ich bin umgefallen. Ich bin durchgestanden im Weg. Das ist echt höher. Hä? Wieso ist das höher? Das verwirrt mich irgendwie. Ich war es auch nicht. Lalalalalala. Oh. 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 Warum ist das alles noch nicht fertig hier, Scheißladen? Die Felder sind nicht fertig. Ja, ich brauche hier Platz, aber hier ist nichts. Ja, du brauchst Platz da hinten. Ja, um da was reinzumachen. Hä? Wir brauchen Holz und Lehm. Ich guck mal, was der Händler für mich hat hier. Voila! Yes, I like more. Das haben wir schon vor einer Stunde oder zwei gesagt. Und nur kurz das noch machen und das noch machen. Boah. Wieso komme ich jetzt da nicht ran? Was ist das für ein Scheiß? Das ist doch voll. Wieso macht der hier nichts? Ich habe doch gerade das eingesammelt. Wieso gehst du da hin, wenn ich dir extra sage? Und ich habe das Leben gemacht. Zwölf Stück. Wo soll ich denn hin tun? Ich das mache. Wo soll ich denn hin tun? Nirgendwo hin. Die sind fertig. Nein, ich will den nicht verlassen, Mann. Ich habe das ins Beet getan. Aua. Aua. Wenn dieser scheiß Vogel hier nicht... Geh weg. Alter. Ernsthaft? Warum tüttest du den? Ja, weil der nicht weg geht, Mann. Den musst du nur nass machen. Den will er ja nicht. Ja, geil. Jetzt ist mein Leben weg. Super. Ich hatte ein Leben, den ich noch reinmachen konnte. Der ist jetzt auch weg. Geh mal an die Seite. Ja, mich interessiert das nicht. Der Vogel ist ja da im Weg. Und wie gesagt, ich habe kein Leben dafür. Oh, Pflanze 500 Samen. Oh, Pflanze 500 Samen. Wie hat sie da? Mann, hopp, ey. Na, shooten. Jetzt kannst du acht Leben da noch reinmachen. Ja, habe ich ja nicht. Wie oft noch? Wann bist du lame, ey? Als ich den weggemacht habe, ist mein Leben auf einmal weg gewesen. Also ich hatte nur einen, aber trotzdem. Der war auf einmal weg. Aua. Ich bin ein springender Vogel. Ich dachte Gummibär. Irgendeinen Sinn muss das doch haben, dass ich hier die ganzen Gummibären da reinhau. Das ist so sinnfrei. Wieso bin ich überladen, wenn ich Samen ausspucke? Was soll das? Warte mal, eins muss ich aber nochmal gucken, weil dann kann das nämlich über Nacht laufen. Das läuft doch nicht weiter, wenn du ausmachst. Stimmt auch wieder. Ach nee, wir können ja gar keinen Stahlrahmen machen. Aber ich glaube, das lag da dran, dass wir den Stahlbarren noch nicht gemacht haben. Ich warte mal irgendwie zwei Minuten auf den... Bleib am besten auch mal so lange noch drin. Die zwei Minuten eben auf den Stahlbarren hier. Ich will wissen, ob dann das Rezept kommt. Also für den Rahmen. Weil ich meine, bei den anderen ist das nämlich auch so gewesen. Das ist meine letzte Amtshandlung hier für heute. Wir können ja auch eben schlafen, dann ist ja sofort da. Ach so, ja oder so. Weil dann sind die anderen Sachen auch sofort nochmal fertig hier. Okay, das ist der Stahlbarren, das ist klar. Aber ich will jetzt wissen... Ja, ja, dadurch haben wir den Stahlrahmen. Oh, und ich bin hier wie blöde. Och, okay. Äh, dann mach ich noch ein paar Barren hier rein. Der ist auch noch von diesem Zeug gewachsen. Oh, die sind alle fertig. Achte Scheiße. Oh, scheiße. Also gut, aber ne? Dafür, dass wir eigentlich raus wollten, ist das vielleicht nicht so gut. So, die sind noch nicht... Die sind noch nicht fertig. Noch nicht fertig sind die. Aber hier ist noch Unkraut überall. Sonst noch irgendwo? Ne, ne? Also mit diesem Chroma-Dings weiß ich nicht, ob du da mit hinkommst mit deinen... Wie viel musst du noch machen? Du brauchst fünf Teile doch auch für diesen... Ich hab jetzt alle Maschinen mit Chroma, was ich hatte, bestückt. Äh... Und das Zappelöl mach ich auch noch. Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, was du jetzt meinst, ehrlich gesagt. Egal. Ne, Metallteile. Ja, dieses Chroma-Öl. Das, das... Also Chroma heißt es nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ähm... Ich brauch fünf Eisenteile und fünf Elektronik aus Eisen. Das meintest du jetzt aber nicht. Ne. Du wolltest irgendwas verbessern. Keine Ahnung. Säge... Das war ja die falsche. Also fünf mal Eisenteile... Oder meintest du das mit diesen 50, die ich brauchte? Ne, das war was anderes wieder. Ja. Zweimal Elektronik aus Eisen. Äh, das ist auf jeden Fall das, was meine Hauptaufgabe ist, hier mit der Säge. Damit ich dann alles mit der Säge machen kann. Ja? Mit diesen Elektronik-Teilen. Ähm... Verbreitet die Fläche... Kein kräftigeres Unkraut. So, Sauger, zweimal blaue Linse, zweimal Elektronik. Das wolltest du machen, ne? Erntesaugerkraft 2. Ne, den habe ich ja schon in zwei Jahren, glaube ich. Was brauchst du dafür? Äh, zwei blaue Linsen, äh, zwei Elektronik aus Stahl. Ne, kannst du den nicht haben, weil Stahl... Ne, den habe ich noch nicht. Ne, den habe ich noch nicht. Ne, den habe ich noch nicht. Ja, die kannst du aber relativ einfach machen. Äh, aus Eisen kann ich. Achso, hier. Äh, ach, Kupferdraht fehlt mir noch. Äh, ach, 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 ach... Ja, hat er das jetzt aufgenommen? Heieiei, äh... Guten Tag, was haben Sie denn zu bieten? Meinen Sie mich? Achso, du bist bei dem... Fünf Eisenrahmen bräuchte ich. Wie viel Eisen haben wir? Nicht so viel aktuell, ne? Ich glaube gar keinen mehr, oder? Ich glaube, dann bräuchte ich nämlich, äh, zehn Eisen... Warum du hier draußen Eisen brätst, weil das viel länger dauert wahrscheinlich als in dem überdachten Ding, wo wir jetzt extra die tausende von Öfen gemacht haben. Äh, weil die noch nicht fertig waren und ich dann vergessen habe, dass sie danach fertig waren. Fünfmal Eisenrahmen brauche ich dafür. Und sechsmal das Kro... 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 Kro Maisöl. Das sollte man sich mal merken mit dem Mais. Genau, Kro Maisöl. Das kommt uns nämlich zugute. Ähm, gut, ich habe mir das auf jeden Fall aufgeschrieben, was ich dafür bräuchte. Aber ich gehe jetzt wirklich raus da. Also ich wollte dann mal... Wo bist du überhaupt? Drei könnte ich theoretisch... Aua! Äh... Oh, ich habe gerade einen aufgenommen. Ähm... Habe ich das jetzt im Inventar oder woraus macht der das? Ne, ich habe das anscheinend irgendwo mal abgelegt hier. Weil da muss ich das ja mit nach drüben nehmen, sonst kann er das nicht machen. Oh, ist das doof, wenn du so viele Dinger hast. Ach komm! Ähm... Der zeigt mir hier vorne an, dass ich Eisen machen kann. Ich habe es aber nicht bei mir drin. Ich hatte das auch... Das kann... Da kann ich mich ja noch dran erinnern. Ich hatte es vorher irgendwo in eine Kiste getan. Aber du denkst, ich finde das jetzt? Du willst mich doch verarschen. Ich bin jetzt zweimal beides abgelaufen. Hier ist doch keine andere Kiste mehr. Ne, das ist Kompost. Für Kompost brauchen weiß ich noch nicht genau. Äh... Hä? Hä? Du willst mich doch jetzt verarschen. Ich gehe jetzt hier raus. Also jetzt zeigt ihr mir an, dass wir das überhaupt gar nicht machen können. Jetzt bin ich hier total verwirrt, ganz ehrlich. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ja, nach dieser etwas kürzeren Folge, die ich nur noch zusammengeschnitten habe, damit ihr ja nichts übersprungen bekommen habt, sondern wisst, was wir so aufgebaut haben und so weiter, werde ich euch jetzt endlich entlassen. Es tut mir leid. Wir sind sehr, sehr müde gewesen. Und ja, wie ihr auch gehört habt, wir sind auch danach direkt ins Bett gegangen. Irgendwann, ich glaube, nachts um zwei Uhr oder so. Deswegen seht es uns nach, dass wir nicht so gut drauf waren. Die nächsten Folgen werden wieder besser. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Und das wird dann auch auf die Seite zu sehen. Vielen Dank.